So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokefact am Montag. Mir ist in der letzten Folge ein kleiner Fehler unterlaufen und zwar habe ich einen Fact gebracht, der allerdings schon mal in der Folge drankam. Deswegen habe ich jetzt 8 Fakten gesucht, damit es wieder ausgeglichen ist. Das heißt, letzte Folge waren so 6 neue, heute sind es dafür mal 8. Und ich habe nichts Großartiges zu sagen, deshalb fangen wir an mit Fakt Nummer 1. In den ersten Pokémon-Spielen, also Rot und Blau, gab es ja in Memoria City das Museum. So, da war unter anderem auch ein Space Shuttle drin und da muss angeklickt sein, stand da dran, Space Shuttle Columbia. Nur so für die, die es nicht wissen, Columbia war ein Space Shuttle, was es auch in Wirklichkeit gab. Allerdings, und da mache ich jetzt kurz mal die Seite auf, damit ich die genauen Daten weiß, das Space Shuttle Columbia ist am 1. Februar 2003 bei ihrem 28. Weltraumeinsatz beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre auseinandergebrochen. Und ein Jahr später, wobei ein Jahr ist ein bisschen mehr, also im Januar kam es in Japan raus, die Neuauflagen, also Feuerrot und Blattgrün, die kamen unter anderem raus am 1. Oktober 2004 bei uns oder am 29. Januar 2004. Was interessant ist, in der japanischen Version haben sie es gelassen mit Space Shuttle Columbia, in der europäischen und amerikanischen Version allerdings, wenn man es anklickt, steht ja nur noch Space Shuttle. Die haben das Columbia einfach rausgestrichen, wahrscheinlich auch einfach, um, ja, um nicht, ja, keine Verbindung mehr zwischen den zwei Space Shuttles herzustellen. Fakt Nummer 2 und wir kennen doch alle unser geliebtes, schlaues Simsala. Simsala hat natürlich einen extrem hohen IQ, deswegen ist natürlich auch der Spatzangriff viel höher und der Angriff ist natürlich total zu vernachlässigen bei Simsala. Was aber interessant ist, Simsala ist so intelligent und Simsalas Muskeln sind sowas von nicht vorhanden, also das Ding hat wirklich fast keine Muskeln, dass Simsala alleine mit der Muskelkraft sich nicht bewegen kann. Simsala benutzt die eigenen Psychkräfte, um den eigenen Körper zu bewegen. Und ich finde es echt krass, wie intelligent muss man bitte sein, um quasi mit den Gedanken zu laufen. Props an Simsala, aber dafür im Boxkampf gewinne ich trotzdem. Fakt Nummer 3 und zwar, in der ersten Generation waren die NPCs noch nicht so intelligent, wie es es in späteren Spielen waren. Natürlich, in späteren Spielen waren es es immer noch nicht unbedingt, aber trotzdem. Denn, wenn man gegen einen NPC gekämpft hat, du hattest zum Beispiel einen, du hast gegen, machen wir zum Beispiel, du hast gegen Misty gekämpft und du hattest einen Glutexo zum Beispiel jetzt, dann hat sie immer die sehr effektive Attacke eingesetzt, in dem Fall Wasser. In der ersten Generation war ja Psycho unter anderem gegen, ja, gegen Gift sehr effektiv. Das heißt, das Dragoran von Siegfried konnte Agilität, was ja eine Psychoattacke ist. Was standest du also da mit einem Gift-Pokémon gegenüber, wie ja zum Beispiel Bisaflor, hat das Dragoran immer und immer wieder Agilität eingesetzt. Das heißt, hättest du zum Beispiel irgendwas drauf gehabt, um das zu besiegen, wie Toxin oder sowas, dann hätte es selbst einen Level 5er Pokémon, das Dragoran besiegen können und das schmälert so ein bisschen das Gefühl, wenn man die Top 4 dann in der ersten Gradation endgültig besiegt hat. Stell dir mal so vor, so ein kleines Bisasamen mit Toxin besiegt, ein Level, was war es glaube ich damals, äh, 63 Dragoran oder so? Krasser Scheiß. Fakt Nummer 4, und zwar gehen wir jetzt in den Pokédex von Diamant, Perl und Platin. In den Pokédex war es nämlich möglich, die Pokémon nach Farben zu ordnen. Was daran interessant war ist, ist man jetzt auf die Farbe blau gegangen, dann erwartet man natürlich blaue, ah ne, nach grün gegangen, grün war es nicht blau, sondern grün. Ist man jetzt, hat man den quasi geordnet nach grünen Pokémon, findet man natürlich die obligatorischen Pokémon wie Raupi, Safcon und sowas, klar. Allerdings auch Bronzong. Und wenn ihr den Sprite von Bronzong kennt, Bronzong ist eigentlich blau, nicht grün. Ich glaube, die haben irgendwie es da halt beim Programmieren ein bisschen verkackt und haben bei Bronzong einfach den Shiny Sprite genommen, weil Bronzongs Shiny Sprite ist grün und, äh, wer weiß, was Gamefreak da verkackt hat. Fakt Nummer 5, und zwar gehen wir jetzt zu den englischen Namen von Impergator und Sarcenia, nämlich für Relegator und Victory Bell. Was euch da bestimmt auffällt ist, Gator oder Bell, das englische Wort für Glocke, schreibt man einerseits mit zwei L und Gator, da natürlich, da ist zwischen T und R noch ein O drinne. Allerdings gab es, glaube ich, erst ab der sechsten Generation, wo es dann gefixt wurde. Und zwar, es gab für die ganzen Generationen davor ein Zehn-Buchstaben-Limit für Namen. Und für Relegator oder Victory Bell, hätten wir die mit einem O noch geschrieben oder mit einem L, Doppel-L, wäre es einfach zu lang gewesen, der Name, weswegen er nicht funktioniert hätte. Und deswegen schreibt man Relegator, was ja von Alligator, Alligator kommt, ohne O und Victory Bell hinten nur mit einem L. Fakt Nummer 6 hätten wir dann Bisa Knosp. Ihr wisst schon, das Pokémon, was eigentlich absolut null Aufmerksamkeit bekommt, weil einfach die Entwicklung und die Vorentwicklung viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und zwar hat es in seinem wunderbaren Ding stehen, in seinem Pokédex-Eintrag, kann ich jetzt nämlich schon mal vorlesen, Sobald die Knospe auf seinem Rücken aufgeht, kann Bisa Knosp nicht mehr auf zwei Beinen stehen. Was interessant ist, weil das Sprite von Bisa Knosp, ja, in der ersten Generation auf zwei Beinen stand. Sehr gut, Game Freak. Fakt Nummer 7, und das ist jetzt ein richtig, richtig interessanter Fakt. Und zwar, wir kennen alle die Story von Mew in Pokémon Rot und Blau. Dass Mew im Dschungel gefangen wurde, dann ins Labor gepackt wurde und quasi geklont wurde, was dann am Ende Mew 2 gab. Das Interessante ist aber einfach, ihr kennt ja Mr. Fuji, der Typ war quasi unter anderem mit Pyro auch daran beteiligt, hat, nachdem Mew 2 ausgebrochen ist und das komplette Labor verwüstet hat, das Mew genommen und auf eine einsame Insel getan, um es zu schützen und zu hoffen, dass irgendwann ein Trainer kommt, der es fangen wird, gut behandeln wird. Was daran aber auch das Interessante ist, die Insel war, glaube ich, Fern Island oder Wunder Island. Und was heißt, das Mew, was viele von euch vielleicht damals bei Pokémon Smart mit dem Ticket auf Wunder Island gefangen haben, ist das Mew aus der ersten Generation, welches geklont wurde. Was bedeutet, dieses Mew auf Wunder Island ist im Prinzip die Mutter von dem Mew, was man in der ersten Generation in der Azurier-Höhle gefunden hat. Und das, finde ich zum Beispiel, ist eine echt sicke Aktion, weil viele von den GBL-Leuten benutzen ja auch Mew. Und das stelle einfach mal vor, die benutzen das Mew. Und das ist die Mama von Mew 2 aus Gen 1 und das ist ziemlich cool. So, und damit kommen wir auch schon zum letzten Fakt, den ich euch jetzt gebe, weil ich es verkackt habe und einfach einen Fakt gesagt habe, der, ja, nicht der, den ich schon mal gesagt habe. Und das ist auch nochmal ein interessanter Fakt. Und zwar, wenn ihr ein Ditto habt, in Generation, genau, in Generation 2 habt ihr ein Ditto. Und ihr lasst das Ditto zum Beispiel gegen Habitac kämpfen. Ihr setzt natürlich Wandler ein, werdet dann mit Ditto zu Habitac. Und wenn das Habitac jetzt, ähm, Spiegeltrick einsetzt, kopiert es den Wandler, den ihr vorher eingesetzt habt und verwandelt sich in ein, äh, Ditto. Natürlich, ist ja klar, wenn, dann verwandelt man sich eben in ein Ditto halt, weil du ja original eigentlich ein Ditto bist. Das Interessante daran ist, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel dieses Habitac in Ditto-Form fangt, dann bleibt es tatsächlich ein Ditto. Also es verwandelt sich nicht zurück, sondern durch den Glitch, fangt ihr dann quasi ein neues Ditto. So, was dann auch nur Wandler kann. Und das ist irgendwie auch ein Glitch in der zweiten Generation. Okay, Game Freak. Kann man mal machen. Und, ähm, ja. Das war's jetzt auch schon wieder mit der Poké-Fact-Folge. Ähm, ich bin auch am überlegen, es wird demnächst irgendwann, wenn die GPL vorbei ist und alles ein bisschen klar ist, nochmal ein größeres Infovideo geben, wo ich mehrere Sachen anspreche. Am Mittwoch sehen wir uns erstmal zum GPL-Kampf gegen Domi. Am Samstag bin ich, oder Freitag, Samstag bin ich am überlegen, aber ich am Freitag irgendwie nochmal ein Pokémon-Video bringen und am Samstag ein Yu-Gi-Oh!-Video, oder wie ich das bringe. Für viele, die es sich ja nicht bemerkt haben, ich bringe jetzt auch noch Yu-Gi-Oh! Ich wollte es einfach mal mitbringen. Hoffe natürlich, dass ihr dann Spaß habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Mittwoch zu einem GPL-Kampf gegen Domi. Und, ja. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und man sieht sich. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.